Moin Moin, Le Grand Rouge hier. Weiter geht's mit Ikit Chlor und unseren großen Plänen. Letztes Mal gab es einen kleinen Dämpfer, weil wir mal wieder eine Armee verloren haben. Aber ja, gucken wir mal, ob uns das jetzt so sehr zurückschlägt. Leider kommen gleichzeitig auch die Hampelmänner von hier drüben. Da wollen wir noch eine Atombombe. Ja, ich erforsche mal den ganzen Schnickschnack hier. So viel Warp Treibstoff. Wir werden hier eine Verteidigungsstreitkraft bauen müssen. Dann den aus der Festung der Morgendämmerung rauskicken müssen. Und dann hier drüben anlanden. Und hier drüben die Echsen quasi angreifen. Dafür werden hier gerade zwei Armeen ausgehoben. Auch noch eine dritte Armee wahrscheinlich ausheben. Ja, da oben sind wir weiter am Elfen Moschen. Ich habe so viel Ausrüstung gehalten. Ich mache mal erstmal die besser, die hier schon in weichem Leben sind. Die sind schon gut ausgestattet. Sie hat noch gar nichts. Ich habe keine Waffen, keine Talismanen. Das ist halt... Viel habe ich hier nicht, ne. Next mal... ...Energiereserve. Next mal... ...Zone Energiereserve. ...Kriegst mal... ...Kriegst mal... ...Hast du der... ...ist verbotener Stab. Gaunermanns Scherbe hast du. Ah, nö. Okay. Na ja, für dich haben wir eh nichts. Du hast schon nen Dings. Tja. Unsere Agenten-Armee. Die Anhänger habe ich halt unendlich oft, ey. Oh, was kann ich dir hier rekrutieren an? Zwölf Stück. Ja, zwölf Stück. Ich kann nicht an den Dingern holen. Ah. Zwölf Stück, alter. Fuck, ey. Ne Menge. Was würdest du mit mir haben? Stigerweise sind das defensive Verbündete. Oh, Krieg beitreten gegen... Okay. Dann mal mein Geld. Sehr schön. Libaris will rise again. Vampire of the waves. Na, sehr schön. Dann greifen die jetzt auch die Echsen an. Fühlig gut. Hoffentlich bringt's was. Die machen wir mal die nächste Runde. Okay. Boah. Wenn hier mit den Elfen dann das Dings gebrochen ist, da ich die Elfen rausgekickt hab. Mannhafte Niederlage. Dein Ernst? Ach so. Ja. Weil mal aus düsterklicke und so. Ja. Pfff. 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 Komm doch. Oh, Forschung ist durch. Geschossstärke. Kimi. Ja, ich mach mal hier. Es hätte man halt viel früher erforschen müssen. Ahhhh. Warlock, Warlock Engineer! Okay. More Warp Stars! Wollen wir nicht mal spielen. Wat? Nein. Nein. Gibt's nicht. Ich hab doch extra geguckt. Hab ich das echt nicht gesehen? Dass der Hops geht, Alter? KI. Wirklich. Ach, Mann. Jetzt. Ja, nochmal. Spiel mal halt. Ach, Mensch, ey. Nicht konzentriert heute. Wirklich nicht. Nicht konzentriert. Ach. 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 Kann ich wenigstens hierher noch bewegen. Aber schau, was da runter geht. Ja, der hat nichts mehr, der Orden der Lehrmeister. Quasi noch die vier Städte, die wir hier sehen, hat er noch. Wenn ich die ihm weggenommen habe, dann ist er weg. Zack, zack, zack. Oh, schwebende Pyramide. Ich hab jetzt da. Sie sehen, das Planeiord wird. Oh. ich hoffe man kann da hoch tun es wird wirklich angezeigt dass er stirbt ich nicht gesehen war dann ich meine bisher nun kein kein aufstand hier die armee ist ja nix die werden auch gleich auf stufe drei ausbauen glaube ich damit wir hier in der mauer haben die in drei mörsern ist hier nix dieser hat so viel magische reserve so wenn ich mich hier wieder hinstelle dann backen meine katapulte rum das heißt stämmchen hierhin soo Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein Sonnendracher, das ist ein Mondracher. Verrückt! 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 Quick! In Final Weapon! Oh, Jesus! Now! Fastly, Jack! Hey! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schnau gemacht Schnau gemacht Oh, Feuerball Flick Schnau gemacht 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 Nein, es ist hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. verloren ein bisschen bisschen crew vom vom solchen ja nicht vom solchen katapult vom blitzi blitzi die sind schon böse ja eine rüstung fucking rüstung wachstum wachstum ich kann darüber trotteln nächste runde erst wir hier sind fünf mauer andere rettling geschossen hier auch max die auch max das heißt ich könnte hier noch einen vorlock techniker rekrutieren kann man sich wieder auflösen so maragd teiche werden auch nicht schlecht ich gebe dir alles was ich habe schutzbündnis beenden schade oder nicht nur steigen war aber noch auf jeden fall mit den echsen schon mal im krieg ich sehe hier nur gerade keine armeen von ihm ich gesagt habe auch nichts wenn die echsen sich hier das holen hätte ich auch nichts dagegen das ist ja hier durch sogar zu viel phrase damit sich hier unten nicht wo er lang schiffen fehlgeschlagen ja der unerwiderten liebe zwei runden noch dann ist unser ritual fertig das ist ein schönes hoher ist das denn für die türen erreiche die errichte die kammer der vision richtete gebäude kammer der vision mehr magische gegenstände hinterhalt abwehr hinterhalt abwehr vorgeschossen Das ist gut. wenn dann jetzt ich bleib doch mal stehen so so kann man ein bisschen aufpumpen mit nahrung aber ich ziemlich viel nahrung und petto mal mal Er hat drei Dings, kriege ich aber tot. Ah, ist sogar nur ein Fernkämpfer. Ich speichere das mal. Ich glaube, das schaffe ich. Dann kaufe ich mir ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich ignoriert einmal den blöden Düsterklingel und reibe halt erstmal alles andere auf. Das ist halt die Frage, was ich die Düsterklingel halt töten soll. Aber gucken, ob ich es einfach über die Moral schaffe, über die Katapulte. Die halt Moral, Mali, Katapulte. Was hat er denn? Was hat er denn? Wäähchen schon? Wäähchen, Katapulte. Ja, ich bin jetzt. Ja, ich bin jetzt. Geies. pense. Das war's. 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 I have no idea. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Das war's. Das war's.